Grüß Sie. Bitte sehr. Sie haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Nein, fahren Sie in meiner Richtung. Ciao. Keine Sorge, ich komme schon klar. Hallo, bin ich hier richtig? Danke. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Vielen Dank. Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Tag, das Ticket. Bitte schön. Sehr freundlich. Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrer. Vielen Dank. Hi, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Hallo, bin ich hier richtig? Vielen Dank. Hallo, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Salut, Sie wollen bestimmt ein Ticket sehen. Ach nee, jetzt echt? Sehr freundlich, aber nein, danke. Moin, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Auf geht's. Hi, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Sehr freundlich. quando ich mit Ihnen aufhören. Danke. Ich bin schön. Kone kreide, weil ich hier alles aufhören. Alles ist echt. Ich bin echt aufhören. Da, ich bin echt aufhören. Ich bin echt aufhören. Und das ist mit dem, wir alles aufhören. Ich bin echt aufhören. Ich bin echt aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war das? 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 So ein? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? war das? Was 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 war das? war das? Was war das? Das? ist das? Was war 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 das?